Ja, ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass absolut jeder in seinem Leben irgendwann einmal von einer psychischen Erkrankung betroffen ist. Manche reden darüber, manche reden nicht darüber. Aber das, was mich echt zunehmend betroffen macht, dass ich sehe rund um mich herum, dass ganz viele Jugendliche Angst vor dem Leben haben, Angst vor den Anforderungen des Lebens, haben uns gar nicht so benennen können, wo diese Angst herkommt. Aber sie reagieren mit sozialem Rückzug. Ich halte dieses Projekt für unglaublich wichtig, weil Bürger und Bürgerinnen oder auch Angehörige eben zum Sprechen gebracht werden, dass sie sich darüber klar sind, dass sie Betroffene sind, dass da etwas ist in ihrem Leben, das der Beginn oder vielleicht schon das Stadium einer psychischen Erkrankung hat. Ja. Ja. Ja.